Leute, wir haben euch auch nicht bei Juden! Die Vergangenheit holt uns ein im Hier und Jetzt, wo man den Juden als Unmenschen verkaufte und nun den Muslim, verurteilt und gering geschätzt. Er war ein einfacher Bürger, hielt sich an Ordnung und das Gesetz. So wie heute der Muslim. Auch er lebt Tür an Tür, ist Nachbar, geschätzt. Doch seine Traditionen und sein Glaube waren einigen zuwider. Plötzlich sah man ihn als Ursache vielen Übels. Er kam in Verruf, man machte ihn nieder. Auch dem Muslim widerfährt heute ein ähnliches Bild. Seine Art zu denken wird dämonisiert, als Übel dieser Welt deklariert. Der Glaube an Allah, die Liebe zum Propheten, all das wird verhasst und entstellt. Wir sind der neue schwarze Mann, gebranntmarkt durch Propaganda und Gesetz, so wie es ihnen gefällt. Der Jude war tüchtig und anders, was ihnen missfiel. Man zeichnete Karikaturen und schuf Stimmung im großen Stil. Nicht nur Deutschland, selbst Frankreich kennt solche Spottbilder nur zu gut. Noch lang gab es keinen Hitler, wo sie hetzten und den Juden sahen als Teufelsbrot. Plötzlich sprach jeder über den Juden und der Hass nahm seinen Lauf. Und heute ist es wahrlich der Muslim, die Folgen dieser Taten nehmen sie in Kauf. Den Propheten zu beschmutzen, das versuchen sie, wir werden provoziert. Treten die Gefühle der Gläubigen mit Füßen, der ganze Islam denunziert. Das Schandblatt betreibt Spott und wird geschützt, die Gesellschaft verseucht. Hass wird geschürt, doch Macron spricht von Meinungsfreiheit, die Muslime mehr als enttäuscht. Die Fratze des Hasses zeigt seine volle Gestalt, sie sind demaskiert. Gestern sprach man vom Terrorismus und heute vom kompletten Islam, ganz ungeniert. Die NSDAP machte Juden per Gesetz, zu Menschen minderen Rechts, zu Menschen zweiter Klasse. Und was tut Frankreich, wenn die Befolgung des Propheten dich zum Islamisten macht? Die Stimmung Hass und Rasse. Ihr erhofft euch, dass der Islam geändert und der Gläubige assimiliert wird und euch gleicht. Habt einige Verräter als eure Lakaien, ob nun Islam-Experte oder Reformer, wir lehnen sie ab. Es reicht. Um dieses Gift werdet ihr nur eine Handvoll Heuchler scharen. Allah schützt diesen Glauben und die Muslime erkennen nun eure List und werden ihre Identität bewahren. Ihr wolltet uns Ketten anlegen, ohne dass wir es begriffen. Sprach von Integration, doch wolltet Tegen den Glauben in uns. Das war und ist eure Mission. Standhaft steht der Gläubige angesichts eurer Intrigen bereit. Er weiß um seine Vergänglichkeit. Allah gibt ihm Kraft. Er ist vor Angst gefeit. Sie glauben, dass dieser Druck uns spalten wird, in die Enge treibt. Mein Bruder, meine Schwester. Das ist die Prüfung. Sei bereit. Achtung. Das ist ja immer! Das ist ja immer!